Hallo Leute, Matthias wieder hier aus der wunderschönen Thailand. Und da ist jetzt dieser Aufmarsch, woran ich gesprochen habe. Ja, die gehen jetzt alle in den Mark da rein, in diesen Silk Mark. Mit Blasmusik haben die auch, ne? Ok. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Meine Frau ist natürlich auch dabei. Ja, gehen wir doch mal ein bisschen raus. Zwei Krieger da. Ja, Elefanten haben die auch natürlich. Ja, hier kann ich einen Elektro-Dienst da. Und ja, was wäre Surin ohne Elefanten? Wir gehen aber jetzt nicht in den Markt rein. Leider ist zu viel Gedränge. Oh ja, was ist das für ein Gefährt? Das ist nicht immer was Neues einfach. Also Leute, man sieht es, ist einiges los. Abkühlen für die Elefanten ist auch gesorgt. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Man sieht es, viele von den drei sind einfach in Silke gekleidet. Also die ganzen, teilweise auch die Kmeertracht. Ja, wie ich schon sagte, das ist heute die neue Eröffnung. Und der erste Tag, das dauert eine Woche oder zehn Tage oder so. Also es wird auch schon langsam dunkel, aber ist schon einiges los hier. Das hier ist der Haupteingang. Oh ja, kleine Bühne ist hier auch aufgebaut. Ah ja, das sind so die typische Kmeertracht jetzt. Das ist leider die Beleuchtung nicht mehr so gut. Also jede Menge Verkehr hier. Ich bin mal gespannt, wie wir da wieder rauskommen. Ich bin mal gespannt, wie wir da wieder rauskommen. Wir spielen jetzt noch ein Lied und dann glaube ich war es, dass auch diese Blasmusik da, ihre Uniformen, die sehen irgendwie aus wie ganz schwarz, also wie Schornsteinfeger. Also mal sehen, was die drauf haben, die Jungs. Drei. Das war's. Das war's. Oh nein. Insofern. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020